so leute heute ist der sechzehnte natürlich wird das sechzehnte päckchen wieder geöffnet ihr seht es wird immer lichter jetzt kommen nur noch ziemlich fette artikel eigentlich hier 22 21 und ja jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem sechzehnten päckchen sieht ziemlich klein eigentlich aus mal gucken was hier schönes enthalten ist ihr seht hier ist einmal der flashing thunder von weko feuerwerk enthalten ja sind eigentlich sehr laut für die größe und dann noch die flashbangs von weko feuerwerk aus dem discounter für ich glaube drei euro oder so kosten die vom lidl und ja die beiden werden wir mal vergleichen ob es da irgendwie lautstärken unterschied gibt und ja sehen wir jetzt gleich beim test von dessen bei beiden schönen bombenrohren so leute jetzt die zündung von dem flashing thunder und von dem flashbang von weko feuerwerk gleichzeitig gezündet dass mit dem knall unterschied hören beide gleich eigentlich kein großer unterschied ich hoffe euch hat das zürchen wie immer gefallen wir sehen uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal